Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mirror's Edge hier ungefähr haben wir das jetzt mal aufgehört ich weiß nicht ganz gut genau wo es war auf jeden fall da kommt ein Zuck ich hab hier ganz schön Schiss nachdem das jetzt mal von dem Zug gelauten bin was ist das denn hier das ist aber dreist so die Kacke ist mir noch in sehr begrenzte Zeit Autsch Leck mich doch Shit da habe ich nicht mit Gegnern gerechnet das ist natürlich immer ein Nachteil jetzt starte ich hier wieder ganz am Anfang im Ernst ja das Stück haben wir in der letzten Folge schon gesehen ich habe schon weiter gehört dass er den Zug nicht hier durchlaufen kann ich habe schon weiter gehört dass er den Zug nicht hier durchlaufen kann angreifen angreifen oh Scheiße ich denke es ist schlauer den einen zu entwaffnen zumindest versuche ich das um zu waffen so so jetzt mal diese Warterei ja ich bin da lieber ein bisschen vorsichtiger dass ich dann nachher irgendwie was im Museum dem dritzen mich vor dem Zug sitze Das wäre ein bisschen uncool. So, den haben wir jetzt erstmal entwaffnet. Nein, ich habe doch gerade abgedrückt. Scheiße. Man, fängt das denn hier wieder an wie in der letzten Folge. Ich renne da jetzt einfach durch. Ich stecke mich doch mal im Arsch. So, das muss aber jetzt reichen hier. Da konnte ich gar nichts machen. Das ist aber auch hart. Was soll man denn da großartig machen? Da kann es nichts machen. Boah, ist das mies, ey. Also die Level werden schon schwerer. Das ist sogar direkt ziemlich krass. So, jetzt aber. Ich habe geschossen. Komm schon. Zwei Gegner. Kann doch nicht so schwer sein. So. Ich brauche nicht, was mit mir los ist hier gerade. Tschüss. Puh, Alter war das knapp. Geht da unten immer nicht durch. Das ist jetzt scheiße. Ich weiß nur, dass ich da hin muss. Ich hoffe, dass hier keine neuen KG einkommen. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, hier geht es weiter. Ganz schön. Ne, wo ist denn? Ich gehe runter. Ja, ich bin gerade ein wenig irritiert. Ah, hier geht es runter. Okay. Ich kann zum Glück keine Züge mehr. Ich denke mal, da ein bisschen hoch, oder? Ein bisschen hoch. Ähm, ja. Aufsteht sich. Okay, ich hab dich wieder. Du bist wohl in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch die Ventilatoren abzuschalten. Hinter den Dingern sind meistens Wartungsschächte. Okay, ich hab dich wieder. Da oben hin kommen, wenn wir erstmal ein Portal haben. Oh mein Gott. Nicht im Ernst. Scheiße. Ich weiß gerade nicht, warum es so leckt, ehrlich gesagt. Ich bin ja gar nicht mehr klar hier. Wartet mal eben. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Ich hoffe, dass es demnächst nicht in Ordnung ist. Alter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Alter. Wie krass das ist. Immer wenn es den Anschein macht, das geht. Das ist doch scheiße. Ist das doch. Ich probiere es jetzt auf einmal und finde, dass es besser ist. Ich laber die Tür. Mit der Leiter drin. Naja. Spiel. Jetzt machst du wieder einen auf. Ich lauf ganz flüssig. Dann leckst du schon wieder. Ist doch uncool. Bullshit, so eine Kacke. Okay. Ja. Okay. Ich hab dich wieder zugewitzt in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch die Ventilatoren abzuschalten. Insofern sind meistens Wartungsschächte. So. Ja. Ja. Ich bin der. 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 Ich glaube... Ich denke mal, damit geht es. Ist es irgendeine Abfahrtzeit oder so? Hallo? Hallo? Ich würde jetzt gerne den Zeitpunktmodus aktivieren. Ob ich hier durchgehen kann. Es scheint irgendeine Abfahrtzeit zu haben. Und cool. Hier sind Türen, die nicht reinkönnen können. Das Teil will mich wohl trollen. Das ist so. Da sollte man da gar nicht durchfahren. Alter. Ich spiel fuck mich gerade ein bisschen ab. Wenn ich jetzt wieder so Probleme habe. Alter. Ich werde das jetzt noch einmal probieren. Aber wirklich noch einmal. Wenn das wieder so krass leckt. Dann möchte ich die Aufnahme erstmal pausieren. So. Also. Sorry Leute. Ich weiß nicht woran es liegt. Ich muss jetzt erstmal die Aufnahme präsentieren. Ich weiß nicht ob das hier eine eigene Folge wird. Oder ob das nur der erste Teil einer Folge ist. Ich muss mal gucken. Wie ich das mache. Wie ich das mache. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. So. Ich hab dich wieder. Du bist wohl in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch die Ventilatoren abzuschalten. Hinter dem Dinger sind meistens Wartungsschächte. Willst du mich verarschen? So. Das allerletzte Versuch. Der allerletzte Versuch. Der allerletzte Versuch. Da denkt schon wieder. Der allerallerletzte Versuch. Nee. Also sorry Leute. Ich weiß nicht woran es liegt. Ich werde jetzt hier stoppen. Und. Und. Ich denke mal. Ich werde deshalb eine kleine Folge machen. Es tut mir dann leid. Aber ich kann es nun mal nicht ändern. Also. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Weil das bleibt mir was örtlich. Tschüss.